Wir werden wohl einige Verluste hinnehmen müssen, aber dafür gibt es ja gute Schätze drin. Also es gibt auch wieder diese Kreaturen-Horte, die man ausplundern kann. Also in diesem Fall einfach Bergfried oder was gibt es noch alles. Bei Heroes 3 gab es ja auch unzählig viele davon. Sogenannte Imptiegel oder sowas, wo dann Imps drin waren, die man dann einfach töten musste. Oder ich glaube es gab auch eine Naga-Bank. Bei Heroes 3 musste man Nagers töten, dann hat man die Schätze der Naga bekommen. Sowas gibt es hier dann natürlich auch. Ein Kreuz wird dann noch 21 Leben, das reicht. Habe ich, äh... Ne, habe ich nicht. Es gibt noch einen Zauberwundenbinden, damit könnte ich den wieder heilen. Bin ich aber leider nicht zur Verfügung. Schießt. Ihr merkt wahrscheinlich schon, ich vergleiche ja viel zwischen Heroes 3 und Heroes 4. Was sich so verändert hat, was gleich geblieben ist. Ähm... Ja, man kann streiten. Was ist jetzt das bessere Spiel? Zuerst habe ich immer gedacht, Heroes 3 wäre besser, aber... Im Endeffekt habe ich dann doch auch sehr viel Heroes 4 gespielt. Und ja, beides hat so seine... Hat so seine Vorzüge. Ja, hier haben wir Wundenbinden erhalten und Segen, also... Schon zwei gute Zauber. Können wir gleich nochmal zurückgehen und die Zauber abholen. Die Kathedrale Stufe 2 noch bauen. Heilen, himmlischer Schild. Ja, ist schon ganz nett. Warten wir noch ein bisschen. Und Stufe 3. Ja, großer Segen. Ich liebe großer Segen. Also wir haben jetzt wirklich nette Zauber dazu erhalten. Vor allem großer Segen macht, dass jede Kreatur maximalen Schaden anrichtet. Also was das bedeutet, ihr seht hier zum Beispiel, Ambusschützen machen 2 bis 3. Wenn die gesegnet sind, machen die nur noch 3. Oder wie Kreuzritter machen 10 bis 16. Man segnet einen Kreuzrittern, dann machen die immer 16. Und äquivalent natürlich dann zu allen anderen Kreaturen. Also sie richten alle maximalen Schaden an, was einfach ziemlich stark ist. Okay, was gibt's denn noch? Hier sehen wir wenige Engel. Na, muss man sich noch nicht unbedingt gönnen, den Kampf. Ich gehe erstmal hierhin zurück und hole mir noch ein paar Kreaturen. Ja, man erkennt ja schon die Konturen unserer Insel. Hier haben wir bald schon alles erforscht. Kreaturen. Ja. Gut. Ich werde nicht meine Ritterklausel bauen können. Aber 40 Holz, ich habe noch nicht mal die Hälfte. Gut. Holen wir uns erstmal noch diese Junker-Gilde, dann können wir noch Junker zusätzlich rekrutieren. Dazu müssen wir diese Amo-Schützen aus dem Weg räumen, die wir fliehen lassen. Weil das ist einfach besser. Müssen wir uns wirklich nicht damit rumärgern, dass sie uns in dem Fernkampf, uns die Kreaturen wegballern. Ähm. Ach, die Schwefelmine sollten wir vielleicht noch erobern. Ein paar wilde Tiere leben auf dieser Lichtung. Ja, Waldlichtung, das ist auch wieder so ein Kreaturenhort. Wenn man den ausplündert, kann man sich auch wieder ein paar Schätze holen und das machen wir jetzt hier mal. Also unsere Gegner sind Wölfe und weiße Tiger von Fraktion Natur. Ihr seht übrigens, die haben hier immer so eine Farbe um ihr Porträt. Und an der Farbe kann man die, äh, Fraktion erkennen. Also lila hier zum Beispiel ist Leben, grün ist Natur, orange ist Chaos, weiß ist Tod. Äh, was gibt's noch? Rot ist Macht. Blau ist Ordnung. Und Ja. Was hab ich jetzt vergessen? Ich hab erstmal jetzt alle gesegnet. Das ist schon mal wichtig. Also Tiger sind übrigens sehr nervig. Die sind stark. Obwohl es nur Level 2 Kreaturen sind. Die haben nämlich den Erstschlagangriff und haben nicht wenig KP und machen nicht wenig Schaden. Muss man mal dazu sagen. Also haben wir noch eine himmlische Rüstung raus. Ihr seht übrigens auch, wenn die Kreatur die Erstschlagfähigkeit besitzt, dann bedeutet das auch, wenn ich eine Kreatur angreife und ich nicht über Erstschlag oder sowas verfüge, dann greife ich an. Und dann werde ich aber trotzdem zuerst angegriffen von einer Erstschlag-Kreatur. Meister Lebensmagie. Egal. Ah, 24 Holz. Das ist nett. Das können wir gut gebrauchen. Oh, Betrachter. Ich hasse Betrachter. Machen wir erstmal... Oh ne, wir können gleich eine Ritter-Klausel bauen am besten. Können wir nicht schon... Dann können wir schon Champions machen. Champions sind zwar eigentlich mehr so mit die schwächsten Level-4-Kreaturen. Sie haben auch nur 150 KP. Und kosten auch nicht so viel, weil sie halt auch nicht so stark sind. Aber der Vorteil ist, es gibt vier von denen pro Woche. Also man bekommt einfach richtig viele von denen. Und in der großen Anzahl sind die trotzdem übelst mächtig. Und die Betrachter lassen wir fliehen, denn ich hab keinen Bock gegen die zu kämpfen. Betrachter kennt ihr vielleicht auch noch aus Heroes 3. Diese nervigen Viecher, diese Augen. Hier gibt's sie auch wieder. Sie können schießen und sie können dabei... irgendeinen negativen Effekt auslösen. Irgendwie sowas wie... Unglück. So dass man Pech bekommt oder... Man wird verflucht oder sowas. Das ist schon ziemlich nervig an denen. Es gibt auch den mehr fiesen Zauber, der heißt Feigling. Das bedeutet, dass eine Kreatur, ähm... Eine Kreatur, die mehr KP hat, als... ...die selbst sie nicht angreifen kann. Also als Beispiel, ähm... Wenn man jetzt... Wenn auf meinen Ritter jetzt Feigling gewirkt wird. Mein Ritter hat, ähm... 170 Leben. Wenn er irgendeine Kreatur angreifen will, die mehr als 170 Leben hat, dann kann er sie nicht angreifen. Und ja, die Leben werden... Die Leben werden alle addiert, also... 124 mal 10 macht 1240 Leben. Zum Beispiel für die ganzen Junker hier. Gut. Nach Heilig-Kathedale Stufe 4 bauen. Gebet, juhu. Gebet, erhöht Trefferpunkte und Schaden aller Lebensziele um ein Viertel. Das ist schon richtig ziemlich gut. Muss ich noch große Todesabwehr erhalten. Was auch nicht schlecht ist, weil unser Gegner ist ja... ...sind ja Untote. Moment. Ihr seht, ich glaub, ich hab das Ding erst... ...vor ein oder zwei Tagen gebaut. Ich hab trotzdem schon zwei Champions wieder dazu bekommen. Damit haben wir jetzt schon 400 Zahl. So, ich stell die mal hier so in die Mitte hin. Und die Junker ganz nach außen. Die Junker braucht eh keiner. Gut, was gibt's denn noch zu tun? Wir können da unten in den Untergrund. Ah, hier oben haben wir noch nicht alles erforscht. Also gehen wir erstmal da hin. Also, wir sind jetzt schon nach einer kurzen Zeit... ...ziemlich stark geworden. Ist allerdings auch wirklich der Fall, dass es... ...sowohl hier die Karte nicht sehr schwer ist, als auch, dass ich auf einfach gestellt hab. Daran liegt das. Ja, Medusen lassen wir auch fliehen. Das sind auch Fernangreifer. Die können außerdem auch noch versteinern. Und versteinern... ...kotzt wirklich ziemlich übelst an. Da hinten sind noch mehr Truhen. Ja, gegen Orcs können wir aber kämpfen. Äh, ne, mein Ritter kann gar nicht zaubern. Na gut, zaubern muss ich auch nicht. Ja, schießen dann auch meine Champions. Bringt absolut nix. Dafür haben die doch ein wenig zu viel KP. Guck, die sind jetzt mit guter Moral. Sie dürfen jetzt als erstes in der nächsten Runde angreifen. Also wir sehen jetzt hier haben die R-Schlag-Fertigkeit, die wirklich gut ist. Und aufladen. Aufladen hatten sie ja auch schon bei, äh... Wie heißt es? Heroes 3. Also, je mehr Entfernung sie zu einer Kreatur zurücklegen, umso mehr Schaden machen sie. Also, am besten immer versuchen irgendwie rumzulaufen oder von weit weg zu kommen und anzugreifen. Und, wie ihr seht, der R-Schlag funktioniert wirklich. Meine Champions-Greifen zuerst an, erst dann wehrt sich die Kreatur. Wir haben ja einen Artefakt erhalten, eine Kristallinse. Aber, ja, gibt nur einen Spehrradius, also... Ich kann den mehr aufdecken. Ist doch jetzt auch nicht so... So der Bringer. Ja, ich hab keinen Bock gegen Nomaden zu kämpfen. Okay, kann man Magie dazu lernen, aber... Das ist wirklich sinnlos, weil... Todes- und Chaos-Magie ist wirklich... Der Gegensatz zu leben. Ähm, was ich euch hier zeigen kann, ist noch... Man kann ja noch Natur-Orden und Zauber-Orden bauen. Das bedeutet einfach, dass... In meiner Kathedrale dann auch Natur- und Ordnungs-Zauber vorhanden sind. Also, wenn einer meiner Helden dann Natur- oder Ordnungs-Magie lernt, kann er dann auch noch Zauber... Rausholen. In der Trolle kämpfen wir aber. Scheiß Trolle. Die stinken so sehr, um die sind auch noch überall voller Fliegen. Die regenerieren. Ich hasse regenerieren. Jo, kein Problem. Ein 6-Tant. Plus 6 Zauberpunkte für meinen Mönch. Plus 2 Geschwindigkeit. Jo, auch von mir aus für den Mönch. Ja, machen wir erstmal hier die Katapulte da fertig. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und hier können wir eine Karawane bauen. Glaube ich auch. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Mit der Karawane können wir hier zum Beispiel... Von externen Behausungen, wie zum Beispiel die Junker-Gilde... Können wir hier die Junker-Gilde in die Stadt holen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon erwähnt. Man kann übrigens auch... Ähm... Zum Beispiel... Hier einen Junker ausbilden. Oder Armbruchsschütze. Gut, habe ich jetzt ausbildet. Und man kann hier wirklich mit den Kreaturen rumlaufen. Wie ihr seht. Das konnte man bei Heroes 3 auch nicht. Aber der Nachteil ist, man kann mit Kreaturen zum Beispiel keine Städte erobern. Und... Man kann hier nicht, ähm... Mienen und sowas alles erobern. Das geht mit Kreaturen nicht. Aber man kann mit ihnen rumlaufen und man kann Rohstoffe einsammeln. Also, weiß ich nicht. Und Artefakte glaube ich auch. Also hier zum Beispiel die Truhe könnte ich mit denen aufsammeln. Oder ich kann auch halt kämpfen gegen andere Helden und Gegner. Boah, drei Katapulte. Boah, das wird ekelig. Ja, scheiße. Das sind ja auch Leben... Lebenziele. Deswegen habe ich... Das ist mein Gebet auch noch auf die mitgegangen. Ja, versucht ihr irgendwie... Eure Kreaturen irgendwie weit zu streuen, weil die haben solche... So eine Feuerballangriff-Attacke. Eins ist schon mal kaputt. Ach, dämmliche Katapulte. Ja, das ist wirklich unangenehm, die als Gegner zu haben. Wenigstens zwei zerstört. Jetzt noch meine Champions. Wir haben immerhin 17 Armbrustschützen verloren und vier Ballisten. Aber durch Erweckung kriegen wir wenigstens fünf zurück. Expertenführerschaft. Ja, und hier sind noch mal Katapulte. Noch mehr, wie wundervoll. Die bewachen hier die Behausung. Diesmal mache ich es etwas sinnvoller. Und nicht das Gebet, sonst wirkt das Gebet ja auch auf die mit. Und die hatten dadurch, anstatt 200 Leben, hatten die 250 schon. So. Das hätten wir erledigt. Leider habt ihr keinen Platz in eure Armee, um Katapulte hinzuzufügen. Tschüss, Junker. Ja, ihr seht richtig. Ich habe meine Junker gerade aus der Armee entfernt. Um Katapulte ausbilden zu können. Da kosten die wirklich sehr viel Rohstoffe. Aber, es gibt hier auch einen Markt, ja. Diesmal muss man den nicht bauen, wie bei Heroes 3. Man kann den hier einfach über die Optionen erhalten. Und hat hier irgendwie so eine, seine Tauschrate. Die um, Weitem besser ist, als bei, Heroes 3. Also, um einiges fairer. Meine ich damit. Ich weiß nicht, man musste doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man, irgendeinen Rohstoff nicht hatte, musste man wirklich sehr viel dafür geben, um wenig davon zu erhalten. Gut, wir können jetzt hier die zwei Katapulte bauen. 1000 Gold und Reiterhandschuhe. Juhu. Er verleiht plus 25% Bewegung an Land. Ja, das ist wirklich gut. Er gibt mal hier ihm den Spinnenweb-Pfeil. Genau, was ich vergessen habe. Ich könnte meinen Helden noch ein bisschen weiter ausrüsten. Oh, das muss ich da unten holen unbedingt. Das ist ein Erzkarren und ein Holzkarren. Und sind beide so gut wie eine Erzmine und eine Holzmine. Und ich muss die einfach nur in meinem Inventar mit haben, damit die mir halt die Rohstoffe geben. Und ich darf noch mal auf ihn geben. Und wenn man mü